Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. So, ja, genau. Der Alex ist wieder am Start und wir werden jetzt... was machen wir denn jetzt? Wir sind erstmal in Mutterkrone angekommen. Ja, genau. Hier haben wir auf der Karte ein neues Gebietchen. Wo waren wir denn? Ja, wir waren hier unten. Jetzt sind wir hier. Ja, genau. Wir können jetzt mal Dings anfangen. Entweder, das ist dir überlassen, du kannst diese eine Quest machen, die wir oben haben, wo dann die Tierchen füttern, wollte ich gerade sagen. Füttern? Sind wir denn jetzt hier beim Streichelzoo oder? Ja, wir sind die Fütterer. Ja, wir haben halt so ein bisschen was zu tun. Ja, wir haben... wir waren hier oben... noch gar nicht. Doch, da. Schau mal, ja, wir haben hier die... da letztes Mal hat der Dirk da die Basis platt gemacht. Genau. Und ja, dann haben wir so ein bisschen noch offscreen ein bisschen was erkundet. Ja. Hä, was ist denn das für ein Tier da oben? Das da? Ja. Ein Wächter. Ah, und das ist ein Breitkopf. Ja, ja. Und hier habe ich gesehen, wir haben ja ein paar... Langhorn-Dinger. ...Lager noch nicht gesehen. Genauso wie hier und da ist was und da ist noch was. Aber egal. Ich wollte jetzt in der Folge, wenn ich mich gerade nicht verlaufen habe... Wolltest du nur Dings das machen? Ich wollte... also wir sind jetzt hier und ich wollte jetzt hier Richtung... Ja, genau, genau. Richtung hier haben wir nämlich eine schöne... Brutstätte. Brutstätten neben Quest bekommen. Und da können wir dann nämlich ein paar Tiere... Oh, wenn wir da gerade am Vorbeilaufen sind, dann kann ich hier gerade mal noch hier das machen. Ja, mal gucken, wie lange das geht. Ja, letztes Mal ging das nicht so lange. Ja, wir hatten eins unten mal gemacht offscreen. Das war einfach nur so ein paar Verderbnisfiecher platt machen. Ja, habe ich die Quest jetzt eigentlich angewählt? Äh, nee, noch nicht. So, als Hauptquest anwählen. So. Und zwar habe ich mich nämlich ein bisschen erkundigt, warum wir die Graser nicht zähmen können. Und zwar liegt das ja, wie bestimmt ihr alle schon wisst, daran, dass man erstmal die Brutstätten finden muss. Und das heißt nicht, nur die Tiere zu finden, wo die in ihrem Areal rum eiern. Was wir gedacht haben. Wir haben auch offscreen mal ewig lange diese Braser da beobachtet und gescannt und umgebracht. Und hast du nicht gesehen. Aber da wir ja mal wieder schiebig sind, wie immer. Ja, aber das weiß man ja vorher auch nicht. Das war jetzt halt auch eine Nebenmission, kann man sagen. So, da ist die... Da fängt es doch schon an, oder? Das geht ganz schön schnell. Was? Ja, ich will mich erstmal eigentlich hier irgendwo verstecken. Ja, da ist auch wo es gerade so ist. Die Verderbnisfiecher gibt sie wie eine Rauchwolke. Oh, der sieht nicht gleich. Ja, ja, schon klar. Weil ich würde die gerne, so wie letztes Mal, von aller anderen voll sneaky wegmachen. Ja, aber da brauchst du ja da hinten kannst du... Hier ist halt wenig großes Gras, wo man verstecken kann. Ja, oder du tust sie da, 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 da ist Großgras, wo der gerade steht. Ja, da steht er halt ein bisschen blöd. Ja, du renst gerade gegen den Baum. Dreh dir meinen Rücken zu? Ja, der dreht dir den Arsch zu. Jetzt. Und jetzt kannst du dann anlocken und abstechen. So. Was ist das denn gerade für ein Hammergeräusch? Hammergeräusch? So. Ja, das mal plündert. Ach so, ja, bevor ich vergesse, wir sind auch jetzt ganz arm geworden, weil wir uns mal dazu entschieden haben, mal eine... Bessere Rüstung zu kaufen. Ja, eine Rüstung zu kaufen. Ja. Hat quasi alle unsere Metallscherben gekostet. Ja, und eine Ressource, die ich schon vergessen habe, wie sie hießt. Mh, ja. Äh, das ist ja nur noch einer, oder? Ich meinte, ich habe noch irgendwo einen gesehen. Hippifax. Ja, sehen wir ja gleich. Wenn du den fertig hast, dann sagt der ja eh. Ja, ja, das ist geschafft. Ist sauber. Letztes Mal, also war das am Anfang, da war das in der Ruine und da gab es noch so ein paar Sachen zum Plündern. Ja, vielleicht gibt es ja das ja hier auch noch. Ja. Aber da kann Bock mehr an alles. Ruf den nochmal. Der traut sich nicht. Fifi, komm zu mir. Ich habe was Süßes für dich. Hojo. So, siehst du, das war's schon. Okay. Ja, Pipifax. So. 5000 EP. Ja, einfach mal so für drei Gegner umgebracht. Ja. Ohne viel Aufwand. Cool Story, brah. So. Äh, dann haben wir das erledigt. Dann kannst du hier zu dem Lager flitzen. Genau, gehe ich jetzt mal zum Lagerfeuer. Ja, erstmal wieder in die falsche Richtung rennen. Ja, und dann gegen den Baum. Ich habe es heute mit meinen Bäumchen. Oh, ein Truthahn. Mhm. Bam. Oh, grün. Truthahnhaut? Hat sich gelohnt. Nee, Knochen. Truthahnhaut. Gänsehaut. Entenpelle. Werden schon lange auch keine Ente mehr getötet. Nee. Ist der verseucht? Nee. Ach, das sind Banditen? Da sind Banditen einfach so unterwegs. Ohne mich zu fragen. Was, Banditen? Mhm, da laufen Banditen rum. Böse Banditen. Ich dachte, ich hätte die alle schon platt gemacht. Siehst du das da? Ja. Da sind aber einige Banditen. Oh, die haben aber... Ja, mal ein Passat. Was hat denn der da? Sieht er dich oder was macht der? Der hat seinen Totenkopf offen. Äh, warum? Schieß ihn doch mal. Was trägt denn der da? Der irgendeine... Ah! Hat der eine Wumme? Der hat die... Ich glaube, diese Bolzenknarre, wo... Wo mal da am Anfang war. Ja, ja, der kommt schon. Ja, sehr gut. Ja, der hat die Bolzenknarre. Kann man die... Kann man die snacken? Bestimmt. Oh! Da stand irgendwas. Nicht verfügbar. Anführer-Schlag-Fähigkeit. Ich mach mich hier selbst verrückt. Äh, muss... Aber der ist Level 8. Oh! So, jetzt... Feuer... Ja, genau! Feuer-Schlag! Ja, wie fett! Aber du hast noch 10 Schuss. Der lebt noch, oder? Ah, ne. Ja, witzig. Ja, auf jeden Fall. Der lebt aber echt da hinten noch. Ja, der ja. Aber ich dachte, der hat ja... Neue Platz! Das ist ja fett, das Ding. Ey, wie cool! Asche ist jetzt weggelegt. Ich glaube, keine Munition mehr, oder? Doch, doch. Das verbessert meine Chancen. Bist du zwar extrem langsam... Ja, ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ja, ich bin halt echt extrem langsam. Gut, wenn nichts kommt, kannst du auch wegschmeißen. Ja. Sonst bin ich morgen und nicht dann. Aber das ist ja witzig. Aber da siehst du... Aber vor allem, man konnte dir noch gar nicht meucheln. Ne, da fehlte dir die Fähigkeit noch dazu. Und da liegt auch irgendwas Totes. Ein toter Wächter. Wir waren's nicht. Einfach mal so. Oder liegen viele. Da liegt noch ein toter Wächter. Und dann noch einer. Noch einer. Ist es so eine Süßigkeitenspur? Ja, ja. Und oben bist du dann vernascht? Ja, ja. Vom Pädobäer höchstpersönlich. So. Hier nix. War doch da. Ah. Nicht identifiziertes Signal. Ja, Morin, schätzt ihn. Was ist das da oben? Ach so. Okay. Aber hier bist du jetzt gleich in der Brutstätte. Ah, das wird wahrscheinlich die Brutstätte sein. Oh. Guck mal. Da geht's ab. Finde den Eingang. Ja, da ist er doch schon. Ja. Na, dann lock die mal an, ne? Kommst du, Papa? Hat der dich gesehen, oder? Nö, nö. Ich hab ihn angegriffen. Ja, wenn die alle in eine Richtung laufen, dann kannst du... Dann kannst du auch eine Sprengfalle hinsetzen, neusch, und da alle hinlocken. Weiß wie mein. Ja, du stehst da. Ja, ich bin auf seine Leiche gestanden. Auf seine Leiche. Weiß, dass du die einfach da mal in die Luft sprengst. Der hat keinen Bock mehr. Der guckt dir auch noch an. Ja, das ist ein Plünderer. Der stirbt nicht durch einen... durch einen Angriff. Und der da hinten? Das ist auch einer, ne? Das ist auch ein Plünderer, ja. Von da kommt das Signal. Da kommt da! Jetzt hört er bestimmt gleich wieder auf. Hey, der hat aber eine große Taschenlampe im Gesicht. Hatte! Ja. Oh, ich hab sogar noch ein Bauteil von ihm abgeschlagen. Dong, dong, dong! Ja, dong, dong! Voll daneben! Warum hält er so viel aus? Weiß nicht. Der ist nicht doof. Oh, der schießt auf die... Kalaschnikow! Hä? Steckt der in der Wand, oder was? Aber wie kriegt man sie auf? Los! Moich, Moichlin! Ja, sehr gut. Oh, grün ist. Guck, ich teil jetzt echt nicht dran. Äh, wenn du dann ein Stück weiter hochgehst? Ach, leck mich. Der hat bestimmt das Ultrazeug. Ja, ja, grün. Oh, ich muss das brücken. Hauptsache mal kaputt gemacht. Hehehehe. Los, lass mich rein. So. Das Signal ist da ganz oben. Jetzt kommt bestimmt gleich irgendwas Dickes rausgerannt und du guckst da jetzt so eine Kacke an. Ja, ich muss wahrscheinlich auch da hin. Aha, erkunden dir die Brutstätte. Okay. Na, mach mal. Da würd ich wahrscheinlich eh nicht lang können, außer in der Mitte. Nee, du wirst nur den einen Weg laufen können. Abseilen! Oh! Oh je. Echt jetzt? So kann man das auch machen. What the fuck? Du hast es immer bei Spielen mit Löchern. Ey, ich hab, ich wollte gar nicht so weit laufen. Du bist immer der Oberknaller. Echt? Muss ich jetzt wieder die tolle Leute da umbringen? Nee, das glaub ich nicht. Ich denke, der wird, nachdem die Tür quasi überbrückt worden ist, da weitermachen. Alter, was war das wieder? Also spiel ich. Ja, das bin ich von dir nicht anders gewohnt. Also spiele mit Löchern, da bist du prädestiniert dazu, einfach mal abzustürzen. Ich hab das zu spät gesehen. Ja, ja, wie immer. Vor allem, aber warum geht's denn auch so tief runter? Das scheiß Signal ist ja da oben gewesen. Das glaub ich nicht. Doch, da oben ist es. Das Signal. Kann es wahrscheinlich nicht sehen, weil ich nicht so runden kann. Guck mal runter, das wird unten sein. Nein, er hat es doch vorhin oben angezeigt. Wie soll es jetzt unten sein? Ja, weil das ein bisschen tut auch. Keine Ahnung. Bin verwirrt. Hier geht's nicht lang. Da geht's lang. Was? Nein, da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Da geht's lang. Durch die so... Da geht's lang, aber erstmal hier noch... Ah, guck mal, siehst du? Was sind das? Vorratskiste. Achso, die sieht aber komisch aus. Ja, ich muss alles erkunden. Weil in so eine Kack-Gegend hab ich keinen Bock noch mal reinzulegen. Jetzt kommt dir bestimmt gleich ein Alien-Tek-Gegner. Ja, du würdest es auch schaffen, dann noch abzustürzen. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch abgestürzt. Ah. Ich schädige die Lüftung. Oh, da ist was. Da war was. Ach, okay. Achso. Wahrscheinlich müsste man nur die Lüftung beschädigen und dann wäre der Typ da drin verreckt. Da noch eine Lüftung. Also, Dinger transportieren. Wo kann ich los? Was? Wie doof die einfach nur gucken? Ich muss wahrscheinlich alle aktivieren. Weiß ich nicht. Denk ich mal. Das werden wir gleich sehen. Da ist ein Weg. Und da ist keiner. Da ist ein toter Weg. Da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Ja, du wirst da. Du bist gleich. Ah, das ist so eine scheiß Barriere. Kann ich die vielleicht kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Nein, denke ich nicht. Okay. Hat sich meine Frage erübrigt. Ja, du wirst wahrscheinlich den Weg gehen müssen. Aber das ist jetzt so eine erste Kack-Ding, wo mal Gegner drin sind. So höhlenmäßig meine ich jetzt. Ah. Medizinbeutel voll. Medizinbeutel voll. Du kannst dich auch kurz heilen, dann kannst du einsam. Was war das? Achso. Voll. Wahrscheinlich geht es dann am Ende ganz nach oben zu einem scheiß Signal. Hä? Ah. Da geht es hoch. Ah. Da wird es nicht rüber gehen. Versuch es gar nicht. Erstens. Ah. Okay. Bevor du da nur wieder abstürzt. Warum ist es ja eigentlich so zacken, duster? Du weißt ja auch nicht. Aber das bringt dir auch nichts. Ah. Da hat jetzt jemals Licht an gemacht. Hä? Die sollen mal ihre Stromrechnung bezahlen. Das Ding war der Spalte. Wozu ist es gut? Das ist unten, wo du hergekommen bist. Oh. Der ist ja mal so. Wieder Brücken. Jetzt hast du dir da... Jetzt habe ich eine Brücke. Hö. Die ist ja fast wie bei Matrix. Die Stehe. Bluten. Nur Schrott drin. Musst du da hin? Nee. Nee, da ging es nur runter. Kannst du drauf schießen? Nee, ich komme wahrscheinlich jetzt darüber über diesen Weg. Ah. Geh ich mal von außen. Nee, komm hier nicht. Egal. Naja, fliegt. Irgendwann, Irgendwie. Ich denke mal da, warum der so ein scheiß Licht angeht. Mir geht ein Lichtlein auf. Bewegungssensoren. Die geht nicht open. Die geht auch nicht open. Die geht aber open. War Brücken. Na, jetzt machst du wieder Slow-Rub. Und was ist, wenn ich im Cooldown bin? Deine hast du Pech gehabt. Na, ich glaube, das geht bei denen. Doch, da unten. Werkzeug lädt auf. Ah ja. Ja, dann... Das heißt, wenn du einen Speedrun machst, dann bist du ja voll am Arsch und so. Gefickt. Magnetisches Transport-Kack-Ding-Pumpst. Musst du dir jetzt hier erstmal eine Stahlbahn an den Kopf binden, damit du rübergenommen wirst? Ja, ich nehme einfach meinen Speer. Achso. Oh. Ah, da ist ja was. Kannst du das abschießen, oder? Bekunde die Brutsche. Ja, wie denn? Oh, da. Kannst du nicht da... Ah, doch, da kannst du hochspringen. Ah. Okay. Zu spät gesehen. Ja. Zu spät. Man muss aber in die andere Richtung gucken, sonst verpeilst es wieder. Warum kommen die nicht die ganze Zeit? Da. Da kommen doch die ganze Zeit. Hupf. Ah ja. Siehste, geht doch. Jetzt kriegst du gleich den Elektroschock an den Felzern. Da runter. Da musst du wahrscheinlich Absprung machen, oder? Oder nicht? Aber warum? Ich von mir. Kann, glaube ich, gerade gar nichts machen. Ja. Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Alter, wie riesig. Ich kann mal rein. Ja. Jetzt weiß man auch nicht, muss man da runter irgendwann? Oder... Ich habe keine Ahnung mehr. Macht er jetzt da seine Kreise, oder... komme ich irgendwo auch ran. Na, du wirst bald zerhackstückt. Kann man sich da festhalten? Ne. Ich glaube, jetzt machst du gleich abgehauen. So. Und du? Okay, es war auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Ah ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt ganz schön viel übersehen. Das könnte gut möglich sein. Ja, wobei, weiß man ja nicht. Da geht es auf jeden Fall runter, oder? Ah, ich will so ein Ding jetzt festhalten. Und dann? Und dann rüber. Sehr verzweigt. Lass los! Und da? Lass doch los! Meine Fresse, du dumme Schlampe! Warum hat man die nicht losgelassen? Hä? Kannst du auch? Ja, dann bist du ja wieder da oben, wo du warst. What the fuck? Monster! Waren aber noch welche, ich glaube. Ja, genau. Ich spring mal noch voll rein, weiß. Na, du hast ja komplett zerlegt. Ich bin ja gerade runtergeschubst. Oh! Wurde gerade schon sagen. Ja, komm. Achte. Oh, echt jetzt? Diese Kack-Dreckslöcher. Ich hasse sie. Du siehst sie halt einfach nicht. Hm, doch. Ja, wenn du fixiert auf den Gegner bist, dann nicht. So eine Scheiße. Brauchst du Zeit, um dich zu beruhigen? Man kann es ja echt übertreiben mit dem Müll. Ganz ehrlich. Weil sonst wird das noch ein längerer Part. Vor allem wie viele Gegner hier einfach rumeiern. Na, ich glaube, darum ist es auch nicht ganz so einfach. Ich wollte gerade schon sagen, ich würde es mir jetzt los haben. Ich habe gerade dran vorbeigehüpft. Vielleicht muss ich das sneaky-mäßig machen. Keine Ahnung. Die Kleinen, die sind ja kein Problem. Guckt der Penner auch noch weg. Ja, vor allem, es waren dann halt einfach ganz viele. Ist es da dieser Mr. Scraps? Äh, weiß ich nicht. Da ist er. Schieß den mal an, weil rüberkommen kann er ja eh nicht. Oh, wieso ist denn jetzt die Brücke da? Echt jetzt? Jetzt ist er mir da meine Waffe reingelaufen. Double. Warum lade ich eigentlich nicht mal mehr Pfeile in meinen scheiß Bogen rein? Ja, das weiß ich nicht. Keine Munition. Wo ist eigentlich meine Falle hin? Äh, weiß ich nicht. Ich habe die schon ausgelöst. Den Fall war der gerade geträumt. Nee, der kommt gar nicht so weit in meiner Falle. Echt nicht? Ah, nee, doch jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist er down. Das sollte, glaube ich, ein normaler sein. Hast du doof rumgeguckt, ne? Da rennt noch einer rum. Aber die sind ja kein Problem. So. Gott, segne mich. Ja, was? Nach dem 40. Mal, Alter. Nach dem 40. Mal habe ich es endlich geschafft. Naja. Die Passage hier meine ich natürlich. Nicht komplett geschafft, sondern nur die scheiß Stelle. Jetzt lege ich gleich wieder in irgendein Loch rein. Und dann musst du den Dreck nochmal machen. Und dann bin ich der King of... King of Queens. Ich habe halt keine Ahnung, was es mir bringt, hier diese Lüftung zu aktivieren. Ja, keine Ahnung. Gibt das überhaupt irgendwas? Ich weiß es eben nicht. Das Ding ist, ich habe jetzt hier einen Weg. Ich muss da hoch. Da komme ich wahrscheinlich von hier nicht dran, ne? Der wirst du, glaube ich, so nicht weiterkommen. Das ist alles kaputt. Nee, dann gehe ich jetzt mal bauen runter. Oh, was das denn? Pilze! Medizinbeutung zu. Ja. Irgendwas hat mich da gerade gesehen. Ja, der da. Da oben der. Vermutlich. Das ist aber nur wieder so ein Sucher. Ja, an den ich jetzt gerade aus dem scheiß Winkel nicht rankomme. Ja, kannst du mal die Kiste aufmachen. Thank you. Fuck you. Habe ich es geschafft. Ich glaube es nicht. Noch eine Lüftung. Ich aktiviere sie einfach mal. Vielleicht habe ich dann... Oder zerstört. Das wissen wir ja. So ganz genau. Sie leuchtet auf jeden Fall blau. Mag das nicht, wenn ich nichts sehe. Links, oder? Ist das da? Vorratskiste. Also da müsste ich lang. Was ist, wenn ich hier erstmal mit die Vorratskiste snack? Gar nichts. Hat hier was blaus? Ja. Schock für die Weapon. So, da gibt es gleich so ein Ding, wo du wieder überbrücken kannst. Ah, ich dachte, ich müsste mich an so einem scheiß Container festhalten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du aufpassen, beim rüberlaufen, dass dich nicht so ein Container wegknüppelt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich präsentiert dafür, dass er mich gleich umhaut. Erstmal schnell da weg. Los. Gib mir das. Hier sind halt viele auch, äh, von, von diesen Scherben, wo man hier finden kann, weißt? Und jetzt? Ist das ein Hase? Mhm. Haha. Mit Sicherheit. Ah, jetzt ist er runter. Ich höre hier irgendwas. Wahrscheinlich musst du nachher hier noch gegen den Ultrajäger kämpfen. Boah. Und dann da hoch. Warum haben sie es nicht einfach gerade gemacht? Ja, das wäre jetzt nicht. Äh. Da ist was zum Drücken, da muss ich auch lang. Was ist da hinten? Nipp. Kannst du doof runtergucken. Das ist doch so eine, so eine Flüssigkeit, die ich doch in die Luft jagen kann, oder? Ja, aber ich denke, das wird da nicht gehen. Macht ja auch da an der Stelle keinen Sinn. Aber das ist ja übel die riesige Kacke. Ich dachte, ich gehe da kurz rein. Das ist eine kleine Höhle, die snack ich mir kurz durch und dann war's das. Aber ich glaube, da vorne schon ist das Ziel. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das noch nicht fertig aufgebaut wäre. Ja, deswegen bin ich gerade auch gesprungen am Ende. Ne, auch so wollte ich, dass es einfach noch nicht fest ist, wenn es schon, äh... Ach so, dass ich instantisch abgestürzt wäre. So, abseilen. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ja, hier ist es wenigstens hell. Hier sehe ich jetzt auch was. Ach so. Und nu? Jetzt kann ich wahrscheinlich... Unten lang oder oben lang? Da ist was Grünes dringend. Ich hol mir erstmal die Scheiße hier. Und jetzt... Musst du da rüber, oder was? Ja, Tatsache. Aber dann... Ja, gut, da unten ist nichts. Ne. Ich dachte gerade schon, dass ich jetzt den Sprung nicht schaffe. Du hast die Kiste vergessen. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Was? Ich habe nur gesehen, dass da unten irgendwas stand. So, nu? Abseilen. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden... Wo sie herkommen. Äh... Oh ja, so muss ich den jetzt brücken? Ich weiß es nicht. Wer... Erstmal müsstest du... Entladungsmast. Entladungsmast? Soll ich vielleicht erstmal die hier weglatschen? Ne, ich glaube, die kommen da gar nicht. Du kannst ja mal eine Sprengfalle da hinsetzen. Wenn das nicht zu weit weg ist. Ja, das weiß ich. Ne, nicht. Mach da noch einen. Weil der Zweite kommt da ja auch weg. Ja, so schon mal nicht. Ich gehe mal auf etwas in meiner Nähe. Schade. Ja, der Zweite, der kriegt gleich ein Dings hier. Headshot. Rums. Naja, geht auch so. So. Äh, ja, dann gehe ich jetzt mal runter und mach den Brüllkäfer da unten. Den Brüllkäfer? Ja, der hieß doch so. Brüllmöcke. Solange der da drin ist, gefällt mir das. Naja, aber ich glaube, der bleibt ja nicht ewig drin. Vor allem, was musst du nur da jetzt machen? Überbrücke den Kern. In welchen Kern? Da komme ich nicht lang. Den ja wahrscheinlich. Ne, diesen Mast wahrscheinlich muss ich jetzt da brücken, oder? Weil ich kann ja jetzt schlecht ein, dieses Blitzel, die... Oh, was lilanes. Eis. Oh, nicht schlecht, 49 Prozent. Ja. Ja, äh, bei dem, also... Ja, jetzt brücke ich den. Da geht's hoch und bei dem anderen ging's auch hoch. So, wo war jetzt dieses... Da ist eins und bei dir rechts ist auch noch gleich eins. Musst du das kaputt machen? Ne, denke ich nicht. Du wirst da hochklettern müssen. Neusch, da kannst du auch hoch, hier rechts. Blasstall, Tür. Ich denke, du wirst erst diese Scheiße... Überbrücke den Kern jetzt. Ach so, ich muss jetzt jedes, dieses... Ja, ja, genau. An den Dingern da hochgehen. Und dann wird der Typ freikommen und dann... ...kann ich den Brücken. Das weiß ich nicht. Oder er tötet nicht. Ja, er wird dich töten. Darf ich oben bleiben? Äh, das Ding fährt runter. Da hast du gar keine Schnitte. Ach so, du brauchst alle runter. Ah, du brauchst nur einen. Oh, oh. Oh, oh. Ach so. Da kommen dann auch noch die anderen. Der Dicke kommt. Jetzt hast du keine Munition mehr. Jetzt rennt der Dümmer da durch, oder was? Achte. Mami! Äh, du musst dich gleich mal kurz heißen. So. Die Dünnen sind weg. Eis wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn du sowas hättest, ne? Oder du kannst auch mal eine Schockding zweistellen. Dann ist er ja auch erst mal getäucht. Aber der rennt auch gar nicht groß hinter dir her. Jetzt. Wo habe ich meine Fallen hingemacht? Das weiß ich nicht. Hast du überhaupt noch welche? Ah, da. Der Spuck. Der ist ja ganz schön doof. Da ist die Falle, oder? Ja, aber die steht ewig blöd. Wazufuck. Feuer bringt halt bei denen mal null. Ja, das hat er vergessen. Jetzt. Jawohl. Du kannst auch mehr Pfeile nehmen, ne? Hm. Vergess hier mal. Ja, ich weiß. Wow. Jetzt könnte es das haben. Ah, fuck. Blöd, Ben. Ja gut, aber da bleibt dir ja nichts anderes. Ich glaube, das ist sogar effektiver wie die Sprengfallen. Oder du setzt dann noch eine Sprengfalle daneben dran, ne? Oh, shit. Das hat nochmal Bum gemacht. Du hast halt das Ding da komplett abgeschossen. Okay. Okay. Da reißt du ihn gleich. Ich reiß dir deine Eier ab, du Arsch. Die hat er aber nicht auf den Kopf. Hat er noch irgendwelche anderen Schwachstellen? Da unten an seinen Eiern hat er noch rollen. Eier. Zwischen seinen Bein. Bis die Klötze explodieren. Ja, da kommst du aber ewig schwer dran an den... Muss wahrscheinlich unter ihm sein. Aber macht er keinen Feuer-Move mehr? Yeah. Ich glaube, wenn du das Ding kaputt gemacht hast... Oh, der hat was Lila. Wenn du seine... Ich glaube, wenn du sein Rückending zum Explodieren gebracht hast, dann hat er keine Quelle mehr für seine Feuer-Move. Ja. Geh mal da an das Ding. Das musst du jetzt überbrücken, dann. Ja. Kein Platz mehr. Ja, da wirst du da auch keinen Platz mehr haben. Ah, doch. Hä? Das war nur eine Linse. Wat se fuck! Jetzt können wir bestimmt gleich viele Sachen überbrücken. Oder das war nur Teil 1. Ja, das wäre natürlich der Oberknaller gewesen. Gut, steht die Sigma. Jetzt geht's nach oben. Der ist aber doof. Ja. Aber ein Fähigkeitenpunkt und 4000 EP. Ja. Na dann. Na, das war ja mal eine schwere Geburt. Überbrückung freigeschaltet. 1. Ja. Für also. Oh, geil. Segezahn. Ein Plünderer. Ja. So sieht das gut aus. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Ah, da, wo ich hergekommen bin. Am Arsch der Welt. Da, wo ich reingegangen bin. Ja. Aber dieses Signal ist immer noch da oben. Weißt du? Ah, oder war das der Kern? Das war der Kern. Da ist nichts mehr. Rutscht der Kern, okay. Ja. Ja, dann war das hier mal wieder eine längere Folge. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Alles klar. Bis denn mal. Und tschüss. Ciao, ciao. Ciao.